Jo guys, war gumb-Araga-Schwile des Play! Ja, hallo, das ist eine Test! Wie Luke, in der Übertragung leisten! Das ist wie der Leistung! Das ist ein Test! Ich weiß nicht ob das tut klappin. Jo guys, war gumb-Araga-Schwile des Play! Jaa, hallo! die K okay sie ist schon ganz jude aus weil ich nun kurz die Mood also gut im Kappel tut den Kappel als kann der Wettbewerb ich habe mit ihm und ich guck mal nach und dann ich lasse in Indien gucken das geht weil wir nicht ganz die Riemen aus Altarwald Frieden dann aus der Prozent ich habe sie mehr an den Stimmen alles klar Normen ist drehen haben was ist drin in die Klinik abzüttelt Hr die die Erfurt 9 ein Hardie Hashtag Ehrenmann der Ehrenmann gezeigter Inhalts Böhr was und der Stimmsektor ist so klar stream-Gucker alle ihren aktuell sechs Zuschauer warum oder immer einmal was er das mal zählt du ich H.D. Hamza Norman und dann fehlt nur einer eine mysteriöse Person ist im Stream eine mysteriöse Person die Kanada weiß wer es ist wenn es lebt mich h.D. h.D. also h.D. noch nicht h.D. es ist eine vierte kleine Lärme pro h.D. h.D. Richtung im Gai 1 alle jungen erweitern viert an der Ecke ich gehe ich weiß nicht so ne ich weiß ja nicht woran das liegen könnte wenn das leckt weil ich meine ich habe ich schon mal vor und gestreamt und das hat ja nicht gelaget das verstehe ich mich arbeitet mich und die die markt bei ihm nur die gar nicht die not ich muss bei dir landen nein 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 ja ja der dreck von hinten angew- nein 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 lass mich in Ruhe was macht er hier was machst du hier was ist das oh you look the fucking child das ist eine pump das kommt wenn ich die schon von der ferne sehe alter so eine blaue ar der schockt schüßel mannösel okay ich weiß nicht ob das jetzt am stream lag dieser mag ist noch ein blauer jahre wenn es nötig hast die nötigung aufzunötigen die nötigen das nötig ist okay wo ist er jetzt junge das spiel reagiert zu spät und vor allem es konnte netze kommen kommen wo ich mal mach mal tür auf weil er kommt über die brücke die gebaut habe kann das macht die scheiße tüme auf man lacht ich reihe auf ohne juni und mich ich habe ich habe ich habe ich bitte drauf drauf mach weiter das genau über uns wenn hier reinkommen ich ziehe so auf die scheiß tür ne guckt die treppe ok 90er ich bin doch ich bin da weg gewesen man der brennt schuld versuch mich zu holen versuch einfach das ist ein sport das ist ein sport komm hier hinter die kiste nicht es ist ja nichts biet normen du schweine fresse ich den namen internet einer der nicht sein echten namen namen gibt wer bist du hey warum zwei euro geben fuck fuck was ist das fucking problem man was ist das fucking problem man aber sanix biet weißt du was sad ist andere leute anonym zu beleidigen Was machst du da? Wie konnte der dir keinen Hit geben? Das war doch absolut ein Hit. Ui. Find ich den. Find ich den. Find ich den. Scheiße auf alles. Find ich den. Find ich den doch. Irren Mann. Irren Mann. Der hatte eine grüne Pump hinter dir. Scheiße. Scheiße drauf. Nichts scheiß drauf. Grüne Pump ist grüne Pump. Den jetzt noch. Junge. Oh mein Gott. Ja, natürlich schaffst du das. Weißt du, gerade wo ich tot bin, ne? Ansonsten hast du nie AIM, wenn ich noch am Leben bin. Nie. Nie. Shut the fuck up, man. What fucking problem, man? What fucking problem, man? What fucking, man? Ich hab sogar ein Jump-Pedale. Ja, schön. Schön ist das, das ist ein Jump-Pedale. Willst du die Runde machen? Ja, klar. Warum nicht? Ach man, komm, bitte. Du hast nicht so geilen Loot. Das ist ein Jump-Pedale, das ist ein Blitzmodus. Mach Ehren, Mann. Nimm die Impulse, nimm die Impulse, nimm die Impulse, nimm die Impulse, nimm die Impulse. Nimm die Impulse, nimm die Impulse, nimm die Impulse, nimm die Impulse. Bau dich so hoch, wie du kannst und dann Impulse dich hoch. Alter. Ne, 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 ne. Ich hab die Idee. Nein, nein, bleib schön, bleib schön, bleib schön. Geh runter? Nein, nein, nein. Geh weiter, geh weiter, gerade aus. Alter, was? Bau irgendein Wohnboden hin, okay, bau, irgendein Wohnboden hin, okay, bau, irgendein Wohnboden hin. Oh, so. Masterplan, alter, der Masterplan. Hä? Der ging durch ihn durch, bei mir, alter, was soll. Bei mir war das nicht. Der ist zu dumm, inkompetent zu schreiben. Schreib bims, schreib seinen Namen klein. Ich glaub, du bist das inkompetente Stück Scheiße. Nick. Oh, fucking schall dich. Oh, fuck, so fucking problem mehr. Boah, haben sie an den Handys kaputt, also, und SD-Karte auch. Da geht gar nichts mehr, ich kann nichts WhatsApp, ich kann nichts machen. Ja, ist deutsch. Boah, Junge, bau dich mal hoch, ich schwöre. Boah, guck mal, jetzt da, wo du stehst. Baumann, wie viel Material ist noch? Fucking drop genau vor dir. 106, die Steine, okay, dann Bau, komm, man warte, nee, 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 hol dir jetzt mal, oder? In der Raketen, warte, was mach ich die Runde noch? Jawoll, Alter, Gott sei Dank, in der Raketen, warte. Könnt ihr den? Nein, jetzt guck, jetzt guck, nein, nein, bevor du, what the fuck, was? Ich mach die Runde jetzt noch, ich kill ihn noch. Nein, nein, geh, nein, 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 hör auf. Nein, Junge, schau doch vom, Mann. Bau mal einen Boden, ich schwöre, du, du stirbst aber nicht. Komm, einen Boden nur. Ja, ja, jetzt bau dich in die Höhe. Bau dich einfach hoch. Nein, nein, ja, okay, mach, 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 mach. Und jetzt zurück, zurück, also nochmal höher, nicht zurücklaufen, sondern noch höher. Und jetzt stopp, stopp. Jetzt geh hoch, geh hoch. Guck unten, guck nach unten, wo der Boden ist. Jetzt nimm Jump Pad und, äh, Halt gedrückt. Spring runter auf den Boden und Halt gedrückt. Mach einmal. Was machen die denn eigentlich Schauge, Digga? Ja, wahrscheinlich. Was ist Facebook? Ja, da schaffst du. Junge, Jump Pad, Jump Pad, Jump Pad, Jump Pad. Hey, du hast so gesagt, du hast zwei. Ja, der, der vorhin war einer, ein Ernst. Nein, 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 nein. Fuck, du fucking fossil. Fuck, scheid dich. Ja, du bist tot. Oh, oh, oh. Aber es geht, glaube ich, mit dem Stream. Suicide, yeah, with ready, let go to. Fucking shady, man. und die Fakys looking zu immer noch sechs und die Fak Robo Junge nein Junge Ok 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 die Spasten keinen Blitzschnellduo rausbringen der Richtlinie ist geboten Rom Normen Normen Lukas Norbert der Schnauble der Schnauble aber daran sieht man wie die alle im Handy Gammelalter die alle alle ins in den Stream alle sehen so Benachrichtigungen das Wort die Fakt bei dieser spielte menschen alle drei stunden später es ist eine vierte das ist ein art aha die aha es war der das schreibt der Gäste und die Hände die Hände die Gäste die Gäste die Wormung die Wormung hier der Gäste haben wir die Wormung der Wormung der Wormung der Wormung der Wormung der Wormung der Wormung jetzt ist das was für alle auferweckte oder was die Lüge schnauer abwarten warte 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 Lüge 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 ich bin schaust nicht zu meinem Haus ja ich schaue sie zu meinem Haus ja 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 der Waffe der hat er war für ich bin schon tot hilf mir hilf mir hilf mir hilf mir Chris 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 er ist quasi die Kammer вполне practice s ich dachte calcium Prozent auch das System ich habe möchte Frank ist nicht mehr das oder was Bart so ist eine vierte Trelle herrn und Jürgen da sind dann noch schlecht zurücksteht seit wann seit wann nicht mehr so viele mann erfreut mir auch zwei du siegen auch mit nix mehr wenn wir die ganze blöd schnell spielten leute so ist er die vierte vorliegen nun hier auch mann er nicht um mich er hat später gepflegt nein ein nein das ist das ist das ist um so so am hofft und sagt ihn doch Luka Prozent vierzehntelchen gehört Kappert damit wird sich so gut steht das Prozent Prozent wer wenn er wenn ihr alle drei dabei werden komplett die 24 Stunden dann jahrzehnt aber natürlich er schreibt die Kenzer die Welt und mein Gott fühlt sich haben sie bittet fühlt sich einfach noch mit Jürgen umgehe die Hälfte ist er haben sein die Städte die Fresse müssen gehen was er das okay ja naja ich habe sogar damals mit dem black ops 2 gespielt und da hat er nicht mal youtube gemacht und da konnte ich auch noch kein black ops 2 wirklich spielen ja weil mein bruder war mit dem freundet meine geschwister beide die war noch auf einer schule aber trotzdem ist das lied scheiße ob der typ jetzt korrekt ist oder nicht du weißt die so eine bergung fuchs mir fucking problem einfach folgen wo auf jetzt ist die mann geschreit wird ich weit hoch bin hat mich schon angeschreibt dann kommt er und ich will es nie gucken wo die fack luk entband mich im stream chat danke kp wie das geht zu lieben und sie nur da so ist die flügelung hoch ist das idee das ist eine diegelung ja jetzt könnt ihr alle haben ich habe nicht geschossen das war fähig glaube ich hoffentlich wenig wer war fähig ja okay so können wir sind da unten da jetzt kannst du herkommen Soll ich lieber zur Sicherheit auch kommen? Nein! Ey, bin ich scheiße oder bin ich scheiße, Alter? What the fuck? Der trinkt meinen Schildtrank. Der trinkt meinen Schildtrank. Oh mein, der ist richtig am eskalieren. Ich treff nix. Ich treff nix. Chris, helf mir. Ich treffe nichts. Alter, ja, jetzt hab ich ihn einmal getroffen, zweimal getroffen. Einmal getroffen, danke schön. Ja, jetzt kommt ein dreckiger Scheiß-Made, Alter. Jetzt kommst du, oder was, Mann? Schnauzeiten, her mit den Waffen, danke. Oh, hilf mir. Ich hab double eagle, ich hab double eagle. Ja, ja, warte, warte, komm, 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 komm. Ja, bandet es, bandet es. Hier, ich erst mal. Wie ich im Stream höre, ja, schreib mir jetzt. Oh, ein 70er-Glatter-Hedge und mit der Zeit verordnet, oh, ja, tut der gut, hach. So, wo ist er jetzt, wo ist er, wo ist er? Da drin? Ja, das rein. Oh, ja, 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 der geht hoch, der geht hoch. Ich hab schon gesehen. Got an AIDS. Got an AIDS. Got an AIDS. Hä? Hä? Was ist denn sein Problem jetzt? Da, ich sehe. Na, okay, ich dachte, ich wäre ein Ninja, sorry. Mein Gott. Ja, ob einfach Ninja zu sein, danke. Hä, wer wohnt denn jetzt? Ehre, Mann. Ja, ja, aber nur gefinished. Sein Meck lungert hier noch rum. Guck mal, da, der haut ab. Der Wixer haut ab. Na, du Wixer. Ich bin der Diegelkönig, nicht du. Er ist laut, er ist laut. Ja, hab ihn. Nice. Go Triple Diegel. Von mir, geht nach, von mir, geht nach. Wo, wo, wo? Okay, ich sehe ihn. Lol, den juckt das gar nicht. Hab ihn. Da ist der Schweizer Ritter. Noch einer, noch. Oh. Äh, Quad Diegel. Äh, Fünffach Diegel. Mir ist alles egal, ich mach Fünffach Diegel. Gib mir all deine Snipermonie. Äh, kannst du... Äh, ich hätte gern die Verbänder tatsächlich. Ich hätte gern machen müssen hier. Können wir die Runde bitte normal spielen, danke. Ja, ja, mit Fünffach Diegel, passt. Ich hoffe. Ich komm klar. Wird so verbändet, das Robben. Ja, ja, wär ganz nett. Na, so. Hast du noch Snipermonie, guck mal schnell nach. Äh, warte, äh, ja, hab ich. Ja, in 10 Bandages, wo sind die hin? Die liegen, ich muss safe noch. Alle in die drin, ey, Junge. Ich glaub, die Kim-Jokes können wir den Stream nicht bringen. Ähm, hat ein bisschen ganz schöne Kim. Äh, die sind echt, die sind echt alle in die drin, ne? Ich schwör's dir, die liegen. Ja, weiß ich auch. Alter, das waren 10 Verbänder. Ich hab' LVP. Das ist mein Haus, war noch komplett anrundet, ne? Komplettle anrundet. Komplettle. Du, oh le blä. Oh, Jumpit. Oh, na, ehren Mann. Also, wir seht's jetzt noch mal zum Beispiel mit Jumpit? Ja, aber ich will, äh, gerade 5-fach Diegel hab' ich gerade Bock drauf. Ja, doch auf, Junge, tu das nicht. Du musst mal eventuell sehen. Egal, ey, wenn ich gut Loot schenne, dann müssen. Warte, ich guck kurz, Junge, ich guck kurz, Junge. Ja, gib Jumpit, Jumpit, Jumpit. Okay, warte, warte, warte. Ich guck kurz, Junge. Schon, schon irgendwie, ne? In your A's hole. Ich guck kurz, Junge. Ja, da hätten wir gebaut. Ey, genau vor uns in welche. Ach, tue ich dich doch, Alter. Ich will gerade auf den Gucken. Hab' ich in den genockt. Deine 5-fach Diegel, Alter. Tutte dich. Okay, bei mir ist noch einer. Hab' zu dir. Hab' ein, hab' ein. Ist bei dem, ne, noch jemand? Noch, noch. Na, ja. Oh, mein! Dieser Bastard, ey! Hol' mich! Bearbeite, bearbeite! Dieser Bastard, Mann! Hol' ihn! Ja! Ey, du bist Gott, wenn du das schaffst. Oh, mein Gott, ja. Bau zu. Bau hinter dir zu. Oh, mein Gott, du bist Jesus. Jesus, Junge. Der hat bearbeitet, hat ein Fenster reingemacht, mich instant geholt. Hier ist auch kein Heel, ne? Schechner, nein, ich boah, ich hab' den Apropot. Ja, lass mir direkt, lass mir direkt den Loot, ich schwöre dir. Wofür eigentlich? Wofür, was hab' ich eigentlich? Egal, ey. Ich versuche jetzt einfach, ähm... Scheiße, wir haben zwei Jump-up, Junge. Aber was ist denn da? Sind beide kein Heel vor uns, sind noch welche gewesen? Da, 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 da. Ich herr' und hab' das Sniper, alter, Irre. Komm. Was ist, er hat ja nicht... Hey, ey, chill' er live, chill' er live. Chill' er life nicht pushen. Du musst nur jetzt... Ich krieg auch keine Heilung, wenn ich den nicht pushe. Wer ist denn made? Das geht es, das geht es. Ja, bin tot. Warum pusht du denn? Ja, ich hätte gerade Bock auf Action-Fünffach-Diegel. Eigentlich spiel ich ja nicht so. Was ist das denn für ein Typ? Ist ja komplett inkompetent. Schau, 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 schau. Du bist so zum Reichen. Weil unbedingt war beim Löffel-Warding-Spielmus. Ja, wir hatten keine Heimung. Die es zu hören, nicht schaffen können. Wer die Bänder gewinnt, ist zu wissen. If you ever treadlein. Das heißt, ich bin in Italia in West City. Das ist aufhörbar. Eine legendäre Dinge. Ich habe trotzdem Bock gemacht. Ich habe mich jetzt mit der Saison zum Beispiel. Ah ja. Hätten wir gerade schon machen müssen, mit den Geil-Lud-Alecher fast Full-Holz. Die Leute haben absoluten Lama gefunden, ich schwör's dir. Sö, dich kürzer. Sö, dich okay. Halle... ... Halle wollte man hier spielen, der wurde höchstlich... Spiele Fleck... ... ... ... ... ... ... ... ... ... h die er geht zu karen fragt können wir spielen keiner möchte mit uns spielen landet man mal zielte towers landet zwei bitte nein grüßig durch solchen dass er hier einfach mal chip an mannen der binger streichen schreiben rückwärts also in den tod Ich bin ein kleiner, trauriger, skinnloser Bastard. Ah, ich hab keine Ahm. Scheiße, ich hab ihn getroffen. Ich soll mein Profil zeigen, ja, gleich. Ey, 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 ey. Walling, 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 walling. Oh, ey, ey, töt mich, ich muss scheißen, Alter. Im Blitzmodus. Töt mich, ich muss scheißen. Ja, was ist denn das? Ich hasse Fortnite dafür. Das ist ein Spiel, dadurch muss man scheißen. Immer, wenn man in der Runde ist, aber. Erst dann. Ich schaff's gar nicht, Rayleigh Woods. Ja, ich muss irgendwie in die Mitte von der Zone und dann schaff ich auf Toilette. Was machst du da hinten? Ich hab's nicht weiter geschafft, Junge. Oh, hier kann man tanzen. Oh, dann hab ich fast die Gleite. Noch einmal tanzen. Ja, okay, ich bin auf, Ka. Bis zum nächsten Mal. 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 oder so um da man kann sie mir man die reiten nur berühren ein paar dritte gemacht er hat sie gemacht was er wollte er hat er vertreten der cocaziert hat er das ist hat sie es angekommen Leute Koko Koko durch das andere da so dass wir damit haben ihn hat die Welt für mich kommen 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 das sind doch holen Wurzeln jetzt habe ich auf den Job landen für die innenluft schießen nur die Schüsse wenn ihr nicht gezielt von Hartz vierig schmierig auch zu ihr auch hier ihr habt der ganzen Bus vorher machen alle die Zeit doch so geht keine Hände kiste claimt auch wenn wir das umgekehrt ja wohl alter kannst mitnehmen bei jobs die kenntnisse nein wir machen nur unclaim was trotzdem gekämpft und bitte die neue shotgun ich hab die so nötig dann gönn dir die und ich bin mir den wo ist gar das ausbezüglich ab geht zu den anderen jobs weil ich keinen bock mach mal den maub das ist genau vor dir hier moment bau nicht bau nicht bau nicht bau nicht okay da war sogar noch ein jumper drin war noch irgendwas ich weiß gar nicht und so eier ja okay dies gar ist halt die litsche alter ist richtig neu ist es ich bin den anderen doch dahinten holen der so rumschild mache ich einfach mal ich also als hälfte weiter sind zwei jobs hier rumschillen wie sonst was alter ein davon muss die legendäre neue shotgun sein für den titel läuft spaß noch eine lechys gar kann ich nicht mehr in der stadt ganz ja hier liegt nun lechys gar jetzt ne ja kommt gleich und mal kommen gleich ja ich hab dann damit stehen ich bin damit stehen ich bin ich blind alter der sein können dass du eine mentale bin ich bin deutscher meistern gucken nur noch eine lechys gar junge ich hab so wenig lagen ja ich krieg immer nur scheiß dinge draus wer ist das normal im in ihren alter 3 letztes gas jetzt bekommen alter was mache ich jetzt habe ich die ich bin einfach danke nein nein es ist das außerhalb oder nein 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 ist nicht ja ich hab ich hab die nicht mitgenommen ich hab die stadt mitgenommen okay dann ist gut dann ist gut ich kann nämlich mir nicht mitnehmen äh ich hab mir noch die kiste die dir liegt es sind nur noch drei leute ne und wir haben kein kill alter was ist für eine billow runde alter ja moin chok chok ich kann die mitnehmen lassen lass mich hier mitnehmen dann kannst du das mit geht lieber nein nimm lieber das mit geht ich hab eh noch zwei schilder also dann ja okay dann hast du zwei schilder dann scheißen wir auf die minis dann scheißen wir auch mal auf alles die zonen ich hätte immer schneller wie nutella wir machen uns absolut hier oben die base oh fuck oh fuck man oh fuck are you doing man oh fuck Dschungel 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 Gouwb Dschungel 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 Meckan kann ich kann arbeiten aber immer das Gegenteilhafte der Gegenteil er tötet das ist ja die Krämer hat er der scheiß Teilen er hat es noch nicht an petters im großen Block bekommen als Begegnung der Brot ich versuchte und so gut ist er noch was er nur nuckt es hat ein Opfer ey das gleich die letzte Zone wir müssen den Hohen, komm mit obwohl nein 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 komm zurück komm zurück ich kann mich nicht bearbeiten ich kann mich nicht bearbeiten ey wir müssen die Base wegschießen nicht das Säbchen und dort nein du bist'm und dann am Holzhaus wie Holzhaus Holzhaus Ja, der ist los. Guck mal, wie er sich trotzdem noch zeigt. Oh mein, ja, der Wichser trifft mich. Ein Gegner noch, ein Gegner noch, Digga. Komm jetzt. Ja, ich bin unten schon. So. Hä, ich hab ne Falle! In, äh, Witzmodus, Ehrenmann. Was? Hä, ich auch. Ey, ich mach mal kurz, ich hab, äh, wegen, äh, Rätsel, die Welt geht's, äh, was auf C platziert und jetzt hab ich C nicht, äh, wegen Falle. Einfach kurz schnell umändern. Das letzte Zone? Ja, jetzt gleich. Junge, komm, Zone, komm, Zone. Du bist nicht in der Zone, nicht im Ansatz. Junge. Lauf doch, oh fuck. Ach so, da ist ein Jumphead noch, ne? Ach, egal. Ich weiß. Ja, die müssten wir eigentlich gewinnen, wenn nicht, dann weiß ich nicht, was los mit uns ist. Was ist los, Bruder? Wo ist der? Hatte der einen die... Ach, nein, ey, wir müssen jetzt Druck machen hier. Mach schnell alle Bäume weg, Junge. Ja, das kann doch nicht sein Ernst sein. Was ist das für ein Baum? Was ist das für ein Baum? Junge, lass laufen, aber nebeneinander, komm. Ah, jetzt hat er geschaut, okay, du Opfer. Das war dumm. Oh, fuck the shit. Ich hab keinen Jumphead mehr, lol. Warte, warte, jetzt wird hier place, place. Ja? Nein, unnötig eigentlich, ja, komm. Ja, lass tanzen, komm, auf den Baum tanzen. Warte, warte. We are Taza. Ah, ich packe. Was war das für ne Runde, ich hab null Kills, Alter. Die ganze Zeit auf den Jumphead, Alter. Hi, grüß dich! Grüß Gott! Alter, ich hab nur 2 Kits in der Runde, was für eine Runde gewesen. Entschuldige mich. Ah, kein Worte, ist ein Schumfeld, Alter. Von Hilfe. Äh, warte, ich mach kurz Chat. Auf PC. Die Liebe wurde aus der Gruppe gekickt. Moin, hä? Stunt für ein Typ gewesen, Zurtos 2017. Wieder so ne Schwuchtli von einer Freundesliste, oder was? Könnte sein. Was hast du für ne Freundesliste, all der Worte-Faxen zu wählen? Oh, keine Ahnung. Ich hab irgendwie 30 Milliarden Freunde, aber kann man, wenn es ist. Dann löscht die Durchmacht. Was? Ich hab' jetzt auch hier! Ich hab' jetzt auch noch da… Ich hab' jetzt auch hier. Wo ich hab' jetzt' das... Ich hab' jetzt noch nur hier mal da. Gell? Ja! Was? so und bin noch da tötet ich noch ein tschuss gebeten ein Nomen bleibt vier aktuelle Zuschauer besser sein ich bin für nicht mehr haben so an die du genommen die Limpel ja dann würde ich mal sagen m also wir müssen es noch er wird das mache ich hier mit dem Sound wer ist der Babo kann ich mod bin immer aktiv bitte ja merke ich ich sehe den gerade zum ersten Mal h nur noch aktiv Chat im neuen Fenster öffnen können die mal kurz nomen aber wirklich nur noch man kann so kurz im Chat bis ins BEM so keine Ahnung dreimal also es ist noch nötig dass die Lolli okay kann ich mit dem marktiefen ein bisschen nicht so süßliche für hinschienen und auch die Gärle auch der Luch in Lauchs ja wir müssen jetzt noch zwei Team Siege bei mir machen das Verduß ja ich sollte mein Profil zeigen ja ich ist mein Profil 20 Solo 48 Duo 38 Team ähm ähm äh was Kills 40 athletes mom kont holding inb 106 jaja normal ok ich sehe ich sehe den schön FFFF vor von FFN das Beste was? läuft das Beste was? läuft Kumpfdreche oh man vom Nuff gib uns den Halo Skins aber das sind die haben auch schon haben wir schon mal andere wo ich vorher mit anderen gezockt hab ne? was denn? wir haben jetzt immer gemacht hier ist irgendwo gelandet und haben dann immer den Wind am Ende geholt, weil wir nichts gemacht haben. Das ist aber so ein billiger Win. Ich will so Win wie vorhin die Runde, Alter. Wo ich die 12 Kills, ja. Das hat so Bock gemacht, Junge. Einfach die ganze Zeit. Die ganze Zeit immer so. Gegner, immer Gegner. Und vor allem genau dann hatte ich auch noch einen Raketenwürf. Einfach perfekte Runde. Ich will so sein. Oh ja, Alter. Der erste legendäre Tanz in den Shop kommt, weiß was es sein sollte. ja mann den dem ein ich ja stell dir vor allem von in der lobby vor allem so zu können 1000 wie was könnte der kosten einfach glatte glatte 10 euro wohin mit dir kraftwerke mit mir happy zwischen es müsse das könnte auch so ein sohn sohn grüner tanz sein weil er macht ja nur so rechts rechts links links weisse aber der tanz geht zwar noch weiter aber ich denke man nicht dass sie das anreinungen wird es ist ja heilig ja die rechten sie in sein gesicht ein feier da man nicht immer ganz schön ich kann mir vorstellen dass sie in den landet nicht und ich werde vom Alter direkt zum Anfang eine geile Pumpe die Kölner ist hier ja Ehrenmann das ist ein Kaffee das ist er war Kaffee Tappen vorhanden euer Focken Pocken Gai ein Focken bei ihr und vorhin nur hier auch bei von die von halt die frische wenn man die fische oder ok schon so richtig ich bin so richtig solch nur ein episch und ja aber in zwei Schildtränke Hürde der Ende der Kursklingel der 5-mini Schäden in die Schäden in die Schäden das will ich direkt oben und jetzt dann habe ich zwei große Metz um aber sind nicht bei der Kurs auch für mich man möchte unterliegt in der Nähe aber eine Fahndt m m hier dr ja okay aber deutschland dann nimm du den und lass mir fußball alter nicht jung freiwillig haben so zuguckt warum nicht jung frei war keine ahnung adi ich will jetzt gern diesen andere wobei man kann ihn nicht nein absolutes nein ich habe einen neuen minis mit und töte du dich doch man nicht mal die ammo wird einem gegönnt mein gott ja kann ich nicht mehr nehmen ganz ehrlich jetzt nimmt das mit ok warum nicht jetzt kann ja ja ich war schon wieder fest ich finde wir könnten mal ganz gepflegt jetzt hier um die ecke in lama finden kommen machen wir jetzt auch mal ja das habe ich aber auch gehört also ich habe gehört dass er immer zu uns gesprungen dass wir in lama finden jetzt gleich wird dort nicht mehr um die epische Waffe dort ist geklämt kommt ja ja voll epische Waffe ja da habe ich schon gesehen das Alter heftig trinkt den einfach zu gehen das ist ich bin ich bin es ist ich bin ich bin ich bin gb gb ein gein er er hat ich bin er um Pum-Pum. M-M-M-M. Fuck. War nicht geklappt. Ist auch nicht geklappt. Ähm. Ich guck mich halt echt die ganze Zeit um nach Lamas. Like literally everywhere King-Lama. The Lamas can stay everywhere every day. Pum-Pum-Pum. M-M-M. Alter, darf man so totes Städte. Da wo die Kiste ist, ne? Einfach ja. Wir holen uns die Kiste. Und dann kommen wir schon Tilted über diesen Berg. Guck ich das jetzt an. Okay. Okay. Guck ich das einfach an. Wenn die nicht kommen, dann vorfühlt. Aber das wäre auch gut so. Bitte. Mit der Vorverwaltung, danke. Ich bin weg, danke. Are you a literally fucking guy? Lauf einfach. Schildes. 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 Schildos. Schildes. 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 Mehtrechel. Schildes. Mehtrechel. Hä, ich find ja die über den Reifen gelaufen. Ok. Nr. Nr. Ok, das ist die ich auch mal. Oh, 3 medikists, 10 minis, Alter, wie cool. Und geht echt? Wir sind gerade hier, Bombe, die Skow, Alter. Ja, moin, ey, die Häuser sind anloten. Die Fabriken hier. Nimm du mal das eine Haus zu und ich nehm das andere. Ich nehm das andere. Das eine. Hier sind wir ein Mini-Schild. Alles klar. Ui. So, jetzt wir haben. Medi-Pack. Medi-Pack und Mini-Schild. Medi-Pack kann ich nicht mehr mitnehmen. Mini-Schild auch nicht. Mini-Schild dauernd nicht. da war mir nicht ich dachte ich könnte nicht mitnehmen dabei kann ich die mitnehmen töte mich lauer alter durch ich lasse die blau bürste liegen maxime ihre mann ihren mann wir wollen der job der städter wie so ein lama alter sie ist ein drop von der ferne einfach so vor dir stehen denkt man sich so dicker das ist ja wie das gefühl hat sind aber schießt mal gedanken leute fetter call jump head und legendäre schottgang noch besser noch besser noch okay weg mit dem shit das raketen das zu einem raketen verfolgt gegen die rotze die wir gerade von fabrik gelaufen sind verpiss dich du scheiß auto machst du da das gegner hat sie ist okay auf jeden Fall da guck die laufen doch ja lauf einfach lauf oh mein Gott hab ihn so die Börse gedrückt ne nicht ach so hast du ja ist ein fucking jump head ne ne fuck mal live fuck mal live fuck mal live fuck mal live komm wenn wir die Runde gewinnen haben wir zwei hintereinander alter die dürfen uns jetzt nicht abwacken dahinten ja und meine Hände sind wieder am schwitzen ach ja und mein auch alter ich mache ich mache mal auch die wandern mal schwitzen es wusste man sich tötet euch weiter tötet euch dahinten läuft da wie so ein laufer von links von links dieser sniper schuss war in meinem gesicht schon drinnen boah das sind solche ich hasse solche menschen ne das war ja auch ein raketenwerfer soll ich euch den mal zeigen boah das ist ein missgebot einfach weiterlaufen danke ja ich mach schon aber hier ist vielleicht anlootet weswegen ich hier kurz runter runter nein aber absolut nicht anlootet auch nicht alter die muss man noch mitnehmen wenn das ist das sind sechs stück alter ja ich glaube genau über uns habe ich schon gehört alter du hast an auch Kuchen Söhne ja ich bin gleich tot ja es ist ein 3er Scott fuck alle jetzt habe ich doch leckst fuck alle jetzt hab ich doch leckst what der what der ja das war ja ich hab ich auf jeden Fall gedrückt das war ja ich hab ich auf jeden Fall gedrückt was wieder unten alter Knauze halten alter nature der ist tot der ist tot ja von hinten auch noch wir sind zu tun wir sind einfach nur tot dann schießt du die ganze ganze Kramnaten oder was und dieser Hund kriegst du das gebacken dann guck ich mal kurz in den drop der wird jetzt von hinten gepusht also ja bei uns hinter uns waren welche stimmt ja ja so viel zu ich bin nicht tot wenn es so weiter geht der gönnt sich echt den drop kleiner wichser oha das war ein guter Mut oha das war alles von mir auf alter tue dich ja ich werde gepusht nein 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 kris 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 naa hurensohne ich mach nur 6er schaden ich mach 6er schaden der finde ich mich oh ehre man der wixer macht double der wixer macht double ich bin viel zu laut alter was sie ist das alter ja was soll ich immer machen alter wir 30 Milliarden Leute sind ja überall 500 teams vor allem alter kein Raketenwerfer ja er stirbt noch in der Zone und er stirbt noch in der Zone fettes Opfer du Huch und so verdient alter was war das wie eine Hunde alter ich haus mir den are you fucking scheinlich aber wenn wir diese Ruhe gehen ne sterben wir fatsch wir waren diesmal nur schnell unterwegs fatsch ich mach nur Matsch die Fresse aber mit was warte ich hab das ja fucking normales wo jetzt tricks blitz modus alter er ist zeigen sie sich alle nicht auf einmal kommen soll und ich mach so viele hits ich mach nur mit dir das 30er jetzt ich mach so viel 30er zum der sehenssten ich wollte er der einen zu piek die ganze zeit ich hieße ihn ich hieße ihn der steht einfach nicht was für 30er jetzt mit der börse ich f*** mal eben die die übten mit die 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 vor allem wenn wir gucken jetzt noch zufrieden in die kommens in die in die tschätten das was ich wir haben keine Interdienste warum geht es aus warum geht dies Internet aus Pompon Pompon ich weiß was ich will jetzt mal anderes Gameplay hier machen los kommt mir die andere Seite das auch das auch meinst du es mir Nö, ich hab das jetzt markiert Okay, dann ist das mal zu. Ja, dann ist das halt. Ja, dann ist das Deins. Du hast für dich frisch heute aus. Hä? Ich nehme jetzt das Vordere von uns aus gesehen das Erste. Also andere, das wo ich auch mal in Fabriken gehe. Ja, ich hab jetzt markiert. Wo ich hingehe. Hier wird auch markiert. Oh, gut. Oh, fucking shy. Boah, ich liebe dann. Boah, ich lebe dann mal falsch mal. Ah, du kriegst aber erst, wenn du Level 100 bist und dann von Level 100 diese ganzen Missionen gemacht hast. Ja, töt mich. Warte, wo, wo? Es hat mir keiner landet. Warum sich jemanden landen, halt, das ist eine Scheiß-Vabrik. Das fucking Lootleg, Junge. Ja, das ist Lootleg, man. Oh, ich sehe schon die Pandon. Ha, die gehalten sich auch mit auf. I love my life, man. Modfarm-Modfarm. Ist mal nur Grüner, ja. Ich kenne Schottg abroad. Walter jamais auch die Tricksbürste. Die Schottgangs, on理よね. So nice. Bieten. Lootlegs an der Ausfläche. Wir laufen da jetzt einfach komplett die Stumpf hin. Guck mal, wie der Baum aufbaut, der kleine Wichser. Guck mal, wie er läuft. Du, klein Wiesel. Ja, komm, natürlich trifft keinen Schuss. Hätte er auf mich geschossen, hätte er jeden Schuss. Ich töte mich jetzt einfach ganz einfach so. Ich hab keinen Bock mehr für ein Leben. Scheiße. Du bist doch so scheiße. Du bist doch so scheiße. Danke dir. Ja, wenigstens hab ich Bandages, Alter. Ich hab'n Midget. Warum bist du so scheiße, Alter, was machst du? Weißt du, was ich seh? Lama? Lama! Ja, genau das, genau das. Ich hausse dich. Ich hab' den letzten Mal schon Lama gekönnt, Alter. Ich hab' nicht so boh'n, Alter, wir pissen dich doch. Ich hoffe, dass jemand hinkommt und uns tötet und den Lama lootet. Einfach nur mit Blinkgeier. Ich hab' nur mal einen jetzt zum Beispiel Lama gekönnt, Alter. Mir wird mir da wenigstens die Hälfte, Alter. Ja, das ist halt die Stelle, wo wir halt immer sterben, ne? Wir werden so hart sterben, Mann. Oder ich. Lama, no. Warum uns das eigentlich abschießen, irgendwie? Lama sieht man aus 30 Kilometern, Alter. Ja. Verpiss dich doch. Du geiles Lama, du. Oh. Oh, kein Wixler, da verpiss dich, Mann. Oh. Ich hoffe, dass ich hoffe, dass ich... Oh. Ich brauch' auch damit. Gib mal Minis, gib mal zwei Minis. Bitte, gib zwei. Bitte, gib zwei. Bitte. Sehr Ehre, Mann. Bitte. Ich dachte, du hast Minipack. Ja, aber dann bin ich full chill, deswegen. Oh Mann, Alter. Ich weiß so nicht. Gib mal, äh, Materialien. Du hast 500 Metall. Dann gib mir deine Hälfte Metall. Dann gib mir deine Hälfte Metall. Ja, ja, ja. Hälfte, ja. Ja, Hälfte, ja. Erstmal bisschen hochgeschraubt, Kärmixer. Nein, guck, doch, ich hab' schon gebaut, guck, ich hab' schon gebaut, deswegen. Hier denk' ich, geier. Sag' ja, den Loot-Slog, äh, den, den Lama richtig am, abgammeln ist, Alter. Wartet, bis ich loote. Und weg ist das Holz vom Lama. Und weg ist das Holz. Nero nötig Gewinne. Guck mal, guck mal. Aber, 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 und, 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 und. Ja, däminig, ich höre. Nein, fang nicht, halt. Einfach nicht schildisch, mein F crевичuck nicht schildisch. Ich gucke mich, einfach n所! Einfalliert traint 2 & 30 ml fb. weniger. Guck mal, da muita noch? W проблема für dich der mister und möge ich dich! Fernsehen, Eggs, Napolegn med Hab ich Decke gebaut? Guck mal. Nein, aber egal. Du hast da so ein Koppel nebengebaut. Zu unkreativ, okay. Äh, ich hab Bandit ist und, äh, Fingerzer. Oh! Oh! Der Pushtchutz! Der Pushtchutz! Der Pushtchutz! Der kleine Bitter! Ich hab ihn gehittet. Oh, jetzt mach dir aus dem linken Auge. Komm, hol ihn dir. Das ist Safe Ninja, ich sag's dir. Nord 024. Ich hör so viel zu holen. Na, du rufst! Du rufst! Ich muss posten, Alter. Uuuuh. Guck. Guck. Guck dir den mal an. One pump, one pump, one pump. Nein, ich wurde gesniped, Junge. Nein, du wurdest kommen und pump von dem, oder? Nein, ich wurde selbst gesniped, also. Oh, hundertste Abonnent. Ich glaub mal, äh, zu unkreativ ist das hundertste Abonnent. Ja. Hundert Abonnenten erstmal leiten. Ehrenmanner. Ehrenmann. Ehrenmann. Ehrenmann, du kriegst also hundert Euro. Zu unkreativ, ähm, wenn ich konfiert, äh, du kriegst von einer Euro. Hundert Euro für Hands-Up. Konti, wie alter, direkt erstmal Dingens, äh, Abschiebung. Oh, der hundertste, jo, ich merk von. Ehrenmann, unkreativ. So ist es dann schatzgebend, du kriegst so. Ja, du musst ihn ja o ist. Ich aber, ich weiß nicht, äh, herrt dir Du funktionierend für die KarteAHN, du kannst g�onkaletwressing oder Na dann soll ich sogar dein Leben ausShell anb admisrecieren detect? für das ist der absolut einfache Unterhaltungs problématique denn diese飛per Danke für die Abschiebung. Hat er geschrieben. Ehre Mann und Kreativ, du bist Ehre Mann. Und Leute, Abonnent. Alter. Ich sehe jetzt schon, mama, lol, 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 lama, lama, lama. Den Spruch. Okay. Ich will, ich spiele es mal wieder ernsthaft, komm. Ich versuche es. weil ich habe irgendwie nicht mehr so gerade richtig bock auf Bettroyal weil kein Plan alter wir haben gewonnen und sollen mit dem Rest die Welt rücken doch hä klar heute haben wir nicht so richtig vernünftige Runden gerissen deswegen haben wir auch gewonnen ansonsten bauen wir selber zu die 1 2 Runden na hatte die Welt macht ja auch Bock jetzt mal ohne Witz ja ja macht ja auch noch mal doch aber wo hast du nie Bock für richtig gekauft einfach doch einfach noch aber wenn man ja wenn man die ganze Zeit verliert dann gehe ich absolut in die Welt wo ich dachte dass ich bin ich dachte bei mir ist wie ja alter what the fuck ich hatte gerade das epische wenn der shotgun aber dann muss was wird ist ein crossbow du wurdest einfach verarscht kompiktiv aus anklage an anklage geht jetzt mal raus und vorhand ich habe ich jetzt die Eier Menno Menno ja Menno alles klar tötet ich ich krieg ne scheiß Menno das tötet mich was hat mir nicht oder so ich habe einen großen ich habe auch einen großen meine Hose ja ich wollte einfach denselben bringen es ist ja ich habe einen hohen ich habe den ich habe einen was ich bin ich habe einen Scheintestall wie du einmal fußball einbauen ich habe dich ja ich habe mich schalte ich mein ich war immer noch nicht vielleicht hat nicht auch junge deswegen trinke ich den ja nicht gehe dann mal dieses leben ja moin alter ehrenmann er geht jetzt mal meine videos lecken so und kreativ macht so youtube ich kann ja dann auch mal den kanal ansteuern das kanal na what the fuck da hinein ich meine damit dein kanal man versucht es war keine mädchen ich habe meinen großen jetzt dringend macht das ich schwöre dir ich ich finde es gleich in diesem kaputt noch sein wer hat es mir nicht ist wenn es nicht wirklich keine minis gefunden ja weil hier keine kiste war nächste kiste die öffnen minis ich trinke uns auch den schildern die kommen mit kommen wir gehen es einfach straight durch gilt scheißegal jetzt kommt kommt nur noch jetzt ich komme ich gebe ihnen einst bombe und sie liegen in afghanistan 1 1 und vom händen vor allem ich wollte vorerst die bauten werden ich habe gesagt wir gehen durch die oder können auch noch im bergmann durchdächtet manche bekommen etwas anders ich bin auch einer busch von balder mit der busch von das mache ich hier ich weiß genau wo die kiste ist so angst dass ich jetzt weggeschwimpsch werde oh mein gott das ist auf krug ist da oben tatsächlich ja er liegt unten auch tatsächlich ja wo wo hier unten im secret wenn das vergräbt in das vergräbt ich bräuchte tatsächlich nur noch ein mini dann wäre mein leben vollkommen hey junge look at this man look at this man look at this mit beten ja ja das würde ich gerade auch machen ich hab damit geht mit mit damit wäre ich gezwungen durch stülte also hier könnte meine volle sein jetzt gehen hat sich die haben ich glaube ich noch gar nicht gesehen oder die habe ich gesehen haben die zwei mini ganz nebeneinander so das miese gefühl die haben granatwerfer und schießen damit auf dich noch ein chuck chuck noch ein chuck chuck wir dürfen jetzt nicht sterben als rote fahrt scheiß auf alles ich bin mir sind scheiß schild so ob sie fressen und zu mir kommen als was reicht mir jetzt oh lol warte sind die wichser sind die wichser der eine push der anruft ich habe mein leben als er hätte von waren auf einem baller tötet euch tötet euch tötet euch ich komme ich komme ich komme ich komme ich bin so auf weil die mich an die müssen direkt hier rausrennen dann trinkt dann trinkt schnell wie du kannst ich brauche schon mal so einen kleinen Weg die müssen halt die laufen jetzt auch in die Zone wenn die schlau sind nein sind sie nicht sie sind immer noch hier könnte ich bitte verpissen scheiß Coach der ist genau vor mir ich habe mir glaube ich gehütet Junge, lauf, lauf kein Wichser, der kommt da hoch hab einen genockt hab den anderen, ja ich lauf, holst du dir echt nur den Loot okay, ich glaube egal, chill, chill, chill oder, oder lauf schon mal ich um den Loot noch die, 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 als wäre nichts gewesen nein, nein, platziert sich scheiß Jumped there is no way man, der is the way man der is low hilf mir, lauf du, lauf ich bin unten, ich kann Ihnen helfen wo ist das Jumped, wo ist das Jumped, hat es schon passiert oder was? ich hab nicht geplaced, hab nicht geplaced, hab nicht geplaced warum, 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 ich dachte, du geplaced, das Alter du behindert, so geschafft, ich hab so geschafft, Junge ja, ja, schön wie hast du dich hier untergebaut, was hast du getan? was hast du getan? sieh, zigzag sein Vater oder was, Alter aber weiß mal kurz, muss Gott den Hotkey ändern für Dingens Junge Junge, der hat sein Mail, dürfte jetzt gleich noch kommen ja, aber ich muss Gott über dir, über dir, über dir bei mir, bei mir na, ich bin tot der solo, der solo, der solo wo kommen, wo kommen, wo kommen, wo kommen wo kommen, wo kommen warum bist du nicht oben geblieben warum bist du nicht oben geblieben warum bist du nicht oben geblieben halt die Frau so, verletzt, vielleicht wieder über die Waffe gerade kommen, weil du den Scheiß Jump in place und das und die im zigzag unterbau muss das auch, dass der zweite Teil ist in der Nähe ich in der Nähe des Mannes das geht mit Prozent Prozent Nein tust du nicht verliebt hat die Welt spielt nein doch hoch doch doch auch noch nicht nur jetzt haben wir noch verloren und nur so wird er mit letzten Kampfs und ich bin sechser Grundsatz die Zukunft der Zukunft das wird auch nicht mehr zu tun gut wenn ich so schaffe muss ich kein Jumper placen das nennt man auch physikalische Notwendigungs-Einheiten was er mit am Kampel auch ein Sieg gemacht also hat es was Gutes es braucht sich die Session der Welt die Schnauze vor allem der Erkrankte ist es nicht mehr im Urteil lande lande wo du möchtest ich flieg nach zone das heißt ich springe erst ganz am ende raus sie dann direkt mein fallschirm und warte bis die tonne sich dann ja das machen wenn er so wenn wenn er eine wenn er eine sekunde steht dann direkt zweimal lehrt hast du drücken weil sonst kann das nicht zu teilen eine oder zwei sekunden genau die 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 das herrschende bestehen so und dann drüber so lang gelärt hast du also so einmal kurz damit weil du so auf meiner Höhe bist. NEIN! Moinsen. Komm mal bis hin. Komm in die Mitte. So spielen wir Fortnite. Ich hab zu oft, ich hab zu oft. Dreh mal, wenn du kurz lädt hast und nicht lädt hast du. Nein. Lacht doch. Nein. Bleib mal stehen. Guck mich mal an. Baby. Wir sehen uns in einem anderen Leben. Ich komm mit dir. Ich komm mit dir. Nein. Das geht so nicht. Hallo. Töte uns, Alter. Und jetzt, Alter. Ab nach Secret Island, komm. Komm mit mir. Ab nach Secret Island. Töte dich. Töte dich. Lass mal ja unter uns. Okay. Oh. Ne, warte. Die ganz fehlen da. Die Fabrik? Ja, so. Fabrik halt, ja. Ich hoffe, wir finden jetzt nen Lama. G2LTB is liegt. Ne, äh, liquid. War schon Dach offen, Alter. Alter. Ja. 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 Ein Feuer. Ein Feuer. Und der will hier die Kiste aufmachen. Jetzt überrasch ich den. Ah, was ist denn der Waffe? Ey, der ist runter, der ist runter. Einer ist runter. Einer ist unten. Ja. Ich hab schon gemerkt. Ach du, du schießt ja ab. Oh, Fingel. Ja, ich hab ihn gehittet. Pass auf, der andere noch, Alter. Oh mein Gott. Moinsen. Hab ein, der den gehittet. Diesen Disco-Skin. Was willst du eigentlich von mir? Wo jetzt? Ich bin jetzt nicht. Ist er für nicht gewesen oder was? Er war direkt tot. Ich hab sein Mädel aufgeholt. Also. Hä? Da hinten. Das ist doch, das kann er jetzt nicht euer Ernst sein. Ich hab gehittet den Wichser. Er hat es auch da hinten? Ja. So hab die von da hinten auch gemacht. ar-Generien Und ich traf doch,.'s und ich treffe das durch älter wie sonst was einer Wüste und ich guck erst mal ob das hier alles Fuhlgebäude da hinten bei diesen äh Holzturm die sind da noch drin also müssen wir treffen was sind die oder was ist das andere Wolve Herr Wolve Joms noch ne Pump nice alter ich brauche aber Minio Emu wo ist hier die Pump? ja aber keine Muni hast du die genommen? ja ja komm zu mir der geheimnisvolle Keller what the fuck war ein Keller voller Geheimnisse äh das sind meine Paletten und sind wohl ne? gönn ja Paletten for life ach guck mal da ist noch ne Palette ne bis die von meinen Paletten weg ist da wow 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 Was machen die da oben jetzt eigentlich noch? Sind die da immer noch? Lass mal gucken, komm. Ja, hast du geschossen? Hast du geschossen? Nein. Na, das war das hier oben, glaube ich. Ich habe heute nur drei Schuss mit der AR, ne? Nee, die sind einfach weg. Einfach so. Hast du jetzt echt nicht geschossen, oder was, hä? Nein. Doch, muss ja wohl. Nein. Du hast mit einer AR geschossen. Ich habe genau 30 Schuss drin. Das kann doch nicht sein. Wo kam denn bitte jetzt der Schuss her dann? Vielleicht oben im Berg? Nein, nein, der war genau nah dran. Der war komplett. Ich habe nicht mal einen Schuss gehört. Okay. Whatever the fuck. Ich will bitte noch stehen und wirklich weg ist. Snap den drei. Zwei. Eins. Dankeschön. Kein Zermord, Alter. Aufmerksamkeit. Einfach nur. Immer gehalten. Und danach kommt, äh, das hier. Ja, 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 ja. Chris? Komm mal, komm mal her. Guck mich mal an. Nein, weiter zurück. Du musst weiter zurück. Backflip into the death. Scheiße. Fuck, noch mal. Hä? Du bist in deiner Kante, Jungen. Hä? 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 Oh, was ist das, man? Oh, was? Hä? Das war eine Rampe. Das war eine Rampe. What the fuck? Hat's abgezogen? Guck, guck mal bitte, guck, guck bitte im Stream, guck bitte im Stream. Die, das soll dann eigentlich auch fangen? Aber es ist eine Rampe. What the fuck? Ich schwöre, guck ins Film. Ja, guck ich gerade, warte. Hast du das gesehen, Alter? Wie du so weg machst du davon? Einfach so bounce. Ja, bounce. Moin, unkreativ. Alter. Aber du hast auch 100 HP, oder? Ja, richtig komisch. Das hat aber komplett dieses Kante erhöht. Hä? Hä? Dort wird viel, dort und HP, so ein kleiner Übel hat sich getötet. Aus einer Kiste bekommen habe, in Rocket League. Ja, was ist das? Das Beste, was du in Rocket League aus einer Kiste bekommen hast? Töte mich. Töte mich. Töte mich. Nein, Mann. Ich bin derjenige. Hey, warte mal. Hey, warte mal, du läufst hier nicht. Gehs jemand. Oh, Juni, ich hasse die neue Pum. Natürlich mit C4. Er und mich mit C4 töte mich. Wahrscheinlich trifft er mich. Ich hab den genockten, ich hab den genockten, ein Headshot-No-Skop gegeben. What the fuck? Guck ins Stream, ich guck wieder so. Warte mal her, ich guck grad, ich guck grad. What the fuck? Wahrscheinlich trifft er mich. Hast du das gesehen? Ja. Ka-ching. Greenen Bella Cara, okay. Ich hab's. Ich glaub, das Beste, was ich gezungen hab, war Babbely. Oh, nein, 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 nein. Ich hab mal wo die, wie heißen die Scheiße, wie heißen die Scheißen. Wer die seinen Mann reichen? die exzelle wird die beschleunige Kiste wurde rausgekommen ist um hab ich fünf Kisten davon geöffnet und zweimal Dinge zu zogen party time zweimal und das war dann noch 50 Kies wird er will ich wollen mit zu viel holen hab ich gesehen wie die Karte der durchsicht sich weiter zu viel gelegt wenn er heute gibt es hier nur in der Mitte auf den Rengen ich bin er mit zu viel Servus, Puls, äh, Relips. Grüß Gott, ey. Grüß Gott, ey. Grüß Gott,weder Gas, burst, und er geht weg. Was ist das Double LG? Es ist nicht mehr auf meine Gute. Ich hab noch nicht das Gleiche. Nein niemals! Doch schaft in die Vertrag. Da Lebensende, ich bin heutig ne somos anderes, ich bin sch οber gone. da oben brauche dann hätte ich mir die er noch mitnehmen können bei dir ohne grauer kommt nicht mehr gerne legendäre mini gun alter was soll ich davon bitte halten das ist eine frage und dann kommt die nächste frage ich bin so verwirrt haben mich würde ist das junger wo es die scheißkiste o mein Gott nein Ayo Ayo verwirrt episch ist einfach wie es kriegt man ihr geilsten und immer ein fucking Tiltes ich hoffe du hast hier eine palette abgebaut hast du ja so eine kiste langweilig oder noch was erwartet es nimmt auf dich oder was hier alles auf anderen Gebäude daneben uns wo das rote oben drauf oder drin ach da 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 ich sehen komme ich soweit mit C4 kannst du noch rechts ein platz sehen noch rechts eine wand oh mein Gott recht links links oh mein Gott das hättest du das hättest du in versehen müssen das hättest du in halb acht zum arzt alter miese zeiten morgen nein nein ich nicht ich hatte hat er geschrieben war es echt miese länger aber ich würde jetzt sagen man könnte nicht ja man kann da nicht zocken ich bin eh nie um 8 Uhr ich habe ihn gesnapt und ich versuche kratzenlos gucken ich habe einmal in meinem Leben so ein kratzenlos guck zu tun überall ne das ist generell das ist tilted Junge nein ihr wichser mann komplett auf den anders konzentriert und dann kommen die so richtig rein geschützt ach du hast die minis nein ich habe nur einen mini gehabt da liegen die Minis noch das ist immer noch nur einer alter ja ich merke es wo ist ja nur 10 nur 10 ich habe selber eine epische Dinge wir müssen die jetzt hier holen nehmen an komm her die haben fallen platziert also aufpassen ja und dazu gibt er bitte jetzt ja ha ha kommt der soll der mal wagen alter ich glaube ich glaube den nur weil sie mit den uns kommt habe sie viel platz wird ja falls jemand hier kommt ich habe auch zu viel passiert wir sind hier gerade so in der zone bauen die da jetzt ab alter ja ich bin nicht warum kann das die finden wenn ich wieder aufheben wäre egal das wäre echt nice moinsen gerade die müssen ja da irgendwo sein man kann das nicht dass du bist das einfach mani drum wie viel hast du 0 ist aber nur 3 du wichser da oben du kleiner ruhen sohn alter ja im fenster schimmelt der kleine hol mich hol mich und ich wollte fenster einbauen machte zu machte zu wenn er reinkommt macht sie vier nein schießt er viel kaputt bau 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 zu rennen zurück und zurück da liegt sie viel von mir rennen dahin ein dahin scheiß auf mich du sollst auf das c4 schießen die karten war zählt jetzt aus ich habe noch warum ich so die ganze Zeit so was mit mir die warum die ganze Zeit ich habe ein Fenster eingebaut wird ins Leipen von bezeichnete die erste nicht Zeit ja da wurdest du genommen zum zählt scheiß alter das war immer ich schon los Prozent und vom Bauern der Royal Locken 9 Nein. Nein. auch man es kommt erst mal viele Leute in Schienburg noch kommen für mich kann immer noch mehr von ja aber du sie ist ja wahrscheinlich glücklich Kultein und kreativ weg wenn jetzt noch jemand weiß und schreibt man schnell in die Kommentare weil sonst ich störe ihn weg aber es ist nicht nur dieses Jacket ich zeige euch was es ist es ist ein sehr cool Rain Jacket ich liebe die designs und die Farbe aber was ist so speziell bei diesem Jacket? well, dieses kind of Rain Jacket wenn man einfach ein Halt durch den da ist kein Weg zu fixen und von dem dann wird es auch noch ein Halt und dann wird es auch noch mehr nach einem Zeitpunkt dieses Jacket ist ein self-reparer Jacket, aber es ist ein Halt durch Jacket Jacket ja okay es kann um